Hallo meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zum Beispiel XM Bombings. Heute das erste Video von mir. Ich zeige euch natürlich einen Job, Leute. Und an die, die es noch nicht gesehen haben, ich habe mir hier den neuen Skin gekauft, Leute. Der ist so geil. Ohne Scheiß. Gönnt euch dann auch hier Wienen dran. Und ich zeige natürlich jetzt einen neuen Job, das nicht so lange dauert. Ach du Heilige, ich habe den Job heute noch nicht gesehen, Leute. Dunkles Dino-Kommando. Boah, der sieht schon richtig geil aus, muss ich sagen, Leute. Hier, guck dich mal an. Der sieht schon relativ... Ja, ja, das gefällt mir. Hier. Ja, dann haben wir hier dunkler Rex. Ja, das sieht natürlich auch geil aus. Ja, der hat natürlich hier noch die dunklen Dino-Knochen dabei. Ja, muss man sich einfach nur gönnen, Leute. Hier hat Verwüstung. Na ja, sieht auch cool aus hier mit diesen Unterfliegen-Links-Bums. Ja, können wir uns hier. Eiserner Schnabel, Leute. Die haben wir natürlich auch noch in Rabe, Leute. Den habe ich mir auch schon gegönnt. Mit der Frau natürlich hier. Gefütteter Flieger. Hey, Juaco, Alter. Juaco, oder Quaco, oder wie man denn auch so, Quacamole, Leute. Hier, schautet ihr mal an. Sieht ja nicht geil aus. Ich werde mir auch Papierflieger. Ha. Ja, ja, sieht aber auch. Wie sie wieder können wir nochmal, sie holen, gleich. Elektrolaune. Na ja, geht. Kaugummi. Na ja, gibt bessere Leute. Steht hier. Seht hier. Nicht steht hier, Leute. Seht her. Hä? Lol. Ja, das sieht natürlich aus. Und hier. Dominatorin. Dominatorin. Dominatorin ist auch am Start. Natürlich sieht er auch geil aus. Und das war es, der Shop, Leute. So, Leute, das war mein erstes Video zu dessen Shop. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst mir gerne ein Like da. Und natürlich schreibt ein Kommi. Und wenn ihr Ehrenmänner seid, Leute. Seid ihr sowieso alle. Hier, mein Creator-Code unterstützt mich, Leute. Wäre natürlich richtig geil von euch. Hier, X1 Baumix. Natürlich annehmen, Leute. Und die mich unterstützen und natürlich ihnen das gönnen, ja. Und man sieht sich im nächsten Video wieder. Euer X1 Baumix. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Ciao.